Herzlich willkommen auf laminatparadies.de. Mein Name ist Florian Rohloff und heute möchte ich Ihnen den Dureco Designboden von Ter Höhne näher vorstellen. Auch dieser Boden hat sich bei uns im täglichen Umgang an den Baustellen sehr bewährt. Die Dureco-Kollektion besteht aus insgesamt 20 Dekoren. Wir haben vier Steindekore, alle mit einer umlaufenden V-Fuge und 16 Holzdekore ebenfalls mit einer umlaufenden V-Fuge. Äußerlich unterscheiden sich die Paneele kaum von einem herkömmlichen Laminatboden. Die Dureco-Serie hat allerdings einige signifikante Vorteile. Durch die Smart Connect Pro-Verriegelung lässt sich der Boden schnell und einfach verlegen. Wir haben eine besondere Profilierung, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Die 12 mm starke Trägerplatte ist aus einem verdichteten Holzwerkstoff und feuchtigkeitsresistent. Das heißt, Sie könnten diese Platte theoretisch in einem Eimer Wasser eintauchen und es würde nichts aufquillen. Durch das Allround-Safe-System ist die Diele besonders geschützt und auch die Kanten besonders geschützt. Durch dieses Long Life Surface hat der Boden eine 33er Nutzungsklasse und ist für den Objektbereich geeignet. Das heißt, sehr robust und sehr strapazierfähig. Auch der Umweltgedanke kommt bei den Dureco-Böden nicht zu kurz. Sie sind zu 90 Prozent organisch und nachhaltig. Sie haben den blauen Engel und das ECO-Zertifikat. Bei der Verlegung sollten Sie darauf achten, dass der Untergrund die Ebenheitstoleranzen erfüllt. Das heißt, vor der Verlegung einmal mit einer Richtlatte prüfen und gucken, dass wir drei Millimeter auf einem Meter nicht überschreiten. Bei der Wahl der richtigen Trittschalldämmung sollten Sie ebenfalls beachten, dass damit die Qualität bzw. auch das Laufgefühl steht und fällt. Sie sollten keine billige PU-Schaumunterlage nehmen, sondern ich würde Ihnen immer die Sound-Protect-Unterlage empfehlen. Dadurch haben Sie ein angenehmes und natürliches Laufgefühl. Die besondere Oberfläche und Haptik sowie die eingangs bereits erwähnte V-Fuge verleihen den Boden einen natürlichen Touch, sodass er nachher kaum von einem echten Holzboden zu unterscheiden ist. Die passende Fußleiste finden Sie genau wie die Trittschalldämmung unter Zubehör auf laminatparadies.de. Das war's an dieser Stelle von mir. Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, uns anzurufen oder schreiben Sie uns eine Mail. Bis zum nächsten Mal, Ihr Florian Roloff. Bis zum nächsten Mal, ihr Florian Roloff.